Hallo, ich zeige Ihnen, wie Sie diese leckeren Grilltaschen im Holzbackofen grillen können. Für den Haupttag benötigen wir folgende Zutaten. Ein Dinkelmehl, Salz, Hefe, Pflanzenöl und als Schildflüssigkeit Wasser. Das Wasser gebe ich jetzt nicht komplett dazu, sondern es gebe mir nach und nach einfach hinzu. So, unser Teig ist jetzt fertig ausgeknetet. Das können wir uns jetzt selber gleich anschauen, indem wir jetzt die Fensterprobe machen. Ich habe jetzt hier so eine Teigwanne einfach mit dem Trennspray ausgesprüht und da können wir jetzt unseren Teig in die Teigwanne hineinlegen. Und dann nehme ich jetzt einfach mit naschen Händen mal so ein Stückchen raus und dann können wir auch gleich die Fensterprobe machen. Man sieht ja hier wunderbar glatte Oberfläche, der Teig ist super stabil, der ist also fertig ausgeknetet. Jetzt kann man den Teig auch noch von allen vier Seiten wie so ein Paket einpacken. Das ist gerade beim Dinkel immer sehr wichtig nach dem Kneten. Dadurch bekomme ich einfach noch mehr Stabilität in den Teig. Und dann kann ich den jetzt einfach so ruhen lassen, bevor wir unsere Stücke abwiegen. So, unser Teig konnte jetzt ruhen. Jetzt wiegen wir aber unsere Stücke ab. Wir wiegen jetzt 160 Gramm Stücke ab und die tun wir dann einfach von allen Seiten einschlagen, dass wir eine Oberflächenspannung bekommen. So, jetzt haben wir unsere Teigstücke von allen Seiten einfalten, dass wir aber da so einen Schluss bekommen. Und man sieht jetzt an der Oberfläche, wenn man drauf drückt, da haben wir eine wunderbare Oberflächenspannung. Gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Entweder so dieses Einklappen am Schluss unten oder man kann das natürlich auch in der Hand direkt machen. Das funktioniert auch, dass man das von oben so einklappt und dann unten ein bisschen mit den Fingern so zusammenkneift. Wie man es macht, ist eigentlich egal, wie man am besten zurechtkommt. Hauptsache, wir haben hier oben so eine Spannung. Nachdem wir jetzt alle Stücke ausgeformt haben, decken wir das Ganze mit einer Gärfolie ab und dann können wir jetzt das Ganze über Nacht in den Kühlschrank stellen. So, unsere Snacktaschen konnte ich jetzt bei Raumtemperatur entspannen. Jetzt formen wir sie aber noch aus, beziehungsweise mit uns nur ganz vorsichtig ein bisschen in eine flachere Form drücken. Wenn ich jetzt merken würde, dass der Teig noch sehr viel Spannung hat, würde ich sie einfach nochmal ein bisschen entspannen lassen, weil ansonsten zieht es so arg nach oben und dann ist es wie so eine runde Kugel, sieht es dann aus. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen Streumehl, den wir dünn auf unserem Schieber verteilen und dann können wir eben die Snacktasche schon drauf platzieren und können sie in den Ofen schieben. In unseren Grilltaschen haben wir hier jetzt zwei Füllungen als Ideen, was man so nehmen kann. Wir haben einmal eine fleischlose Füllung mit Gemüse und haben einmal eine Fleischfüllung. So, wir haben jetzt ja unsere Grilltaschen kurz vorgebacken, dass sie aber schön weich sind. Dann schneiden wir die jetzt einfach auf, dass wir sie aber füllen können. Ich würde sie nicht komplett aufschneiden, sondern einfach bloß so eine Tasche machen, dass man sie einfach gut füllen kann. Jetzt streichen wir die Füllung einfach schön rein. Und dann können wir das Ganze so ein bisschen zusammendrücken, dass die Füllung Ebbel ringsherum sich verteilt. Und dann können wir die schon auf unseren Grill geben und knusprig backen. Und dann können wir die Füllung. Das war's jetzt mit dem Grillen im Holzbackofen. Und da wünsche ich viel Spaß beim Nachbacken von den leckeren Grilltaschen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der